Also, hier ist Emi, komm her, an der linken Seite. Ich mache mein rechtes Bein nach vorne und hole sie mit dem Leckerli durch nach vorne. Dann geht das linke Bein nach vorne und sie geht durch. Rechts, durch. Links, durch. Rechts, durch. Okay, also ihr könnt dabei vorwärts laufen, ihr könnt auch rückwärts dabei gehen, das ist dem Hund egal. Gut. Ich gehe jetzt mal ein bisschen rückwärts, weil wir keinen Platz mehr haben nach vorne. Gut. Rechtes Bein nach vorne, Hund durchziehen. Linkes Bein nach vorne, Hund durchziehen. Rechts nach vorne, durchziehen. Okay, das war für Slalom. Viel Spaß beim Üben. Wie geht's entirely rückwärts? Deshalb quad꽃. Untertitelung des ZDF, 2020